Wenn es in echt nicht gehen würde und dann auf einmal einfach mal so schießt, können die den Schuss auch nach hinten losgehen, ne? Ja, ne, ich schon, aber zum Glück ist es ja nur der Set. Ja komm mal, lass mal die Häuser da links machen, weil denn die Industrie-Dinger ist halt echt Seid ihr alle da? Ja, da. An den Gleisen halt, ja. Ah, an den Gleisen? Was, wo seid ihr? An den Gleisen? Oh, jetzt startet mein Laptop grad einfach mal so neu, so. Ah, da bist du ja. Egal, wir wissen ja, dass wir nördlich von Zulnici sind. Oh, wie eklig es ist, wenn er bei den Gleisen läuft. Ich nehm mal ne Waffe rein, habt ihr ne Axt sicher? Ich hab ne Axt drin. Ich hab ne Axt drin. Okay. Boah, Alter, ich höre immer Zombies, ey, das ist voll. Bei mir ist es einfach nur angeschlankt, deswegen leuchtet grad so komisch langsam, ey. Die Tür ist ja geil, so ne Ledertür, oder was ist das? Boah, geil. Boah, ne Dingflasche, ne? Ne Wasserflasche? Mhm. Gut, ich pass draußen auf. Ich glaub, hier war auch noch gar keiner, ganz ehrlich und schön. Boah, was ist das? Das sieht doch nicht rotten aus, oder? Doch, ne Rotten Tomato, die gibt's jetzt auch neu. Hammergeil. Boah, was haben wir denn hier? Ich hab ne... Oh, da oben liegt doch ne Saline Bag, oder? Cool. Oh, Vitamin Bottle. Ey, hier gibt's wieder richtig schön Zeug. Ne, Blood Bag. Oh, ich hab ein Bluttest-Kit. Wer will Bluttesten? Ich hab ja A+. Oh, ich will auch. Ja, dann... Hier ist nur ne Banane. Komm, gib's mir grad, wenn du grad... Ah, ne, du blübisch ding. Du bist gar nicht ding. Ja, dann gib's den Simon, wenn er grad nebisch. Oh, hier ist ein Defi, ne? Ich hab auch einen dabei. In Pristine-Zustand sogar. Hast du Pristine-Defi? Ne, ne, ne. Ja, ne, dann nimm du jeden. Das reicht ja, wenn einer ein. Ja, warte, ich bin im Gang, ich bin im Gang gerade. Ich tausche den immer aus. Ich tausche den immer aus. Ey, da ist so'n Hut, wie der Arnold hat. Ja, ich weiß, aber... Ey, das geht nicht. Ey, Leute, lass nicht immer alles das Gleiche anziehen. Ich find's eh schon scheiße schwierig. Ja, aber das ist schon cool. Ey, Alter, aber ich glaub, die haben die Lütze ein bisschen erhöht. Kann das sein? Also, bitte. Äh, ja, anders erhöht halt. Also, so unnötiges Zeug gibt's halt jetzt mehr. Ähm, super. Leute, wo seid ihr? Ich seh euch nimmer. Alle im Haupt, jawoll. Okay, es sind doch alle da. Ihr ist doch da, bei uns? Oh, ja, natürlich. Sehr schön. Und bei mir ist, glaub ich, wieder... Ja. Ich glaub, der Fabi sieht die irgendwann mal. Ah, ja, hier sei die und dann ist ein anderer Spieler, ey. Ah, ja, hier steht der Matt und... Und hier steht der Simon und... Spieler Philipp verliert die Verbindung. Zum Glück bin ich nicht Philipp. Philipp, ey. Ich bleib noch im Gebäude, okay? Wartet kurz, bis es ist bei mir wieder. Hey, was geht? Geh mal raus und pirsch. Ja, ich warte noch kurz. Oh, da ist ein Holzhaus, da ist immer so viel drin. Ich bin echt langsam. Ich glaub, ich bin da ein bisschen angeschlagen, wegen der... Ich muss sagen, sobald sich der... Das ist der Simon. Ich will noch V drücken. Hier, diese Leute bewegen, dann... Ähm, hallo? Hi. Immer nur zwei. So, ich glaub, bei mir ist wieder normal. Oh, ein Simon kommt! Fick dich, Simon! Fick dich, Mann! Jungs, was seid ihr? Geht doch einfach! Ähm, Holzhaus. Danke. Hallo. Siehst du mich? Oh nein. Okay, wer will den Blut-Test-Kit? Ich hab ihn hier eins. Ja, gib mal, wir müssen... Komm, Alter, aus dem Parkplatz, bitte. Hier sieht man einfach besser. Hey, bei mir ist die Verbindung echt beschießen. Und ich hab was im Essen gefunden, ist auch cool. Ja, essen wir echt geil, aber... Hier, Blut-Test-Kit. Auf dem Boden. Müsste gleich kommen. Ne, hier ist alles leer. Ja, ich hab schon... Soll ich gleich benutzen eigentlich? Soll ich gleich benutzen eigentlich? Ja, kannst du ja machen. Ja, guck, ich geh mal ins zweite Holzhaus. Moment. Da schreien Zombies rum, ich komm mal... Moment. Wie verwende ich das? Einfach test your blood. Test your blood. Pass auf. Mal steh... Wo weiß ich jetzt, was ich hab? Steht gleich links unten. Ein Jetfenster. Das ist nix, gell? Oh Gott, ich hab irgendeinen Scheiß. Oh, Minus. Oh, Minus. Oh, Minus. Alter, fuck, du bist sofort noch. Null Minus. Null Negativ, Alter. Null Negativ, quasi. Das ist ja ewig schlecht. Null Negativ, ich hab A-Positiv. Alter, ich bin ja volles Opfer, was das angeht jetzt. Äh, was seid ihr? Wir haben Cut, ähm, wir sind Cut beim letzten Holzhaus. Vielleicht kann ich ja nicht drüber steigen. Warte mal kurz auf mich, ich bin voll abgeschrafen. Aber bis jetzt sieht es nicht gut aus. Ja, das ist ja auch noch Vorort von Zuln. Sollen wir dieses kleine Vorort rechts oben auch noch machen? Richtung Wald? Wird schon sagen, oder? Äh, wir werden's machen bis jetzt. Da ganz rechts ist ja noch die Farm, ne? Mit dem Lagerhaus da oben. Oh, die Farm, da könnten wir mal hin. Das ist doch keine Farm, das sind einfach nur zwei, drei Gebäude. Ne, das war wo? Das ist rechts, meinst du? Ja, da können wir auch noch hin, aber Farm schmeißen wir nicht. Ja, dann gehen wir halt die Farm schnell machen. Da hinten ist ein Zombie, der kommt angerannt. Warum? Komm her, du kleiner Spock. Komm her, du! Komm her! Komm her! Miesbeth, ich hab dich auch vermisst. Ja, da ist auch die Luft noch gewesen. Vielleicht kann man auch schön mit dem reden. Was? Bäh! Hallo! Schade! Ja, das war richtig. Wieso, mit wem wolltest du jetzt reden? Mit mir? Mit dem Zombie. Achso. Achso. Achso, ja, ja. Da steht ein Zombie mit auf dem Feld. Wer will sie übernehmen? Wer will sie übernehmen? Es sind schon so hart schnell, Alter. Es geht ab. Sollten es halt so machen, dass sie die Militärzombies zum Beispiel dafür dann langsamer machen. Weil die sind ja stärker. Aber nochmal einer links. Alter! So eine Mischung einbringen, ja. Ja, aber... Ey, warum leuchtet die dumme Kuh? Come Arnold, hold it home run! Mit dem Mod... Mit dem Modvergleich ist das im Halt voll. Und Arnold, an der Axt und... Sing! Ey, nimm mal deine Axt drin, ne? Ich werde die ganze Zeit Zombies sein, das ist total... Ja, aber... Da vorne kommt einer! Da kommt einer! Ich mach ihn! Komm her! Komm her, du! Rüh dich! Oh, jetzt geht's doch nicht! Er läuft einfach halt hier vorbei! Ja, ist einfach mit mir! Der war ja der... Ganz bisschen angetäuscht, Fabi und... Und du bist dann! Und vorbei! Brake! Ich merk schon jetzt, irgendwann macht's BUM! Und der erste Mikrofon hat's... Und wir krieg' ihn mit Axt im Kopf, ey! Ja, guck mal, ganz ehrlich, wenn da oben jetzt einer am Wald sitzt... Siehst du niemals! Hä, was? Hinter uns kommt einer! Ja, rechts oben! Wo? Oh, ja. Ah, ja. Komm her! Komm her! Versuch's doch! Oh, leck! Der springt einfach! Der springt, ja! Was geht mit dir? Ich geh mal rechts in die Farm rein, einer geht links ins Holz... ins Holzlager. Alles klar. Wir laufen doch voll auffällig halt rum, weisch! Ja, scheiß drauf! Wir sind auch zu viert, da traut sich doch niemand. No risk, no fun, würd ich sagen, man. Das ist schon mein Motto. Hier sind ein paar T-Shirts, ein paar Hosen. Mach Wax draus! Ja, schon sicher. Vielleicht hab' genug Wax. Ja, vor allem die Wax sind ja nicht desinfiziert, das ist voll okay. Ja. Ähm, Sewing-Kit. Denk, was? Du bist naked, kannst deine Kleidung reparieren. Hm. Oh, nur ein bisschen Platz, nehm' ich mit. Geht hier. Oh, geiler Raum. Ja, schon wieder Zombies überall. Ja, ich hab' mit einem wieder ausgeschaltet. Was? Monster, okay. Was haben wir hier? Ein Green Hoodie, ne? Braucht niemand? Ich bin jetzt in dieser komischen Kuhstall oder was auch immer. Schweinestall, wenn dann, schätze ich mal. Okay. Oder Kuh, könnte auch sein. Bisschen hier, es liegt hier, Schuhe. Ja, es gibt so einen schwarzen Schloss von Ketieren. Keine Ahnung. Ihr seid jetzt in dem, in dem ganz hinteren Gebäude oder wie? Ja, in dem Stein. Ein paar Putins oder so? Ein paar Putins? Also Putins, ja. Putins gibt's. Sehr geil. Einen, zum Beispiel. Einen. Oh, ich geh mal scheißen, mal schnell. Was? Mach wenigstens die Tür zu dabei. Mach die Tür zu, ey. Überleg mal, überleg mal, ganz ehrlich, es wäre Zombie-Apokalyption, du scheißen, während du scheißen kannst du nicht ein Zombie haben, ey. Wie bei Zombieland, Alter. Oh, ne Witz, gell? Boah, Scheiß. Zombieland, Hammerfilm. Immer in den Markt nur mitnehmen oder irgendwas machen. Und in den Freizeitpark, wie eine schlechte Idee. Weiß ich, es gibt noch nichts Bösseres als... Oh, Zombie. Guck mal, da vorne chillt, Zombie, aber wer chillig herumläuft, ey. Aber echt, wie ein Betrunkener, Sonntagmorgens um 8 Uhr. Fabian kommt nach Hause. Lauft auch nach Hause. Komm her. Ne, der kommt her, der links kommt. Der links kommt. Der links kommt. Der links kommt. Hat jetzt jeder eigentlich ne Ding? Ah ne, einer hat ne Schusswaffe. Gut. Ich hab die Schusswaffe. Der kommt. Ja Fabi, was ist los? Hallo. Steh ab. Hehehe. Einfach kurz bevor sie da sind, einen Schritt entgegenlaufen und abdrücken. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Ehm. 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 Leute guckt ihr mal, ob ich hier was essen finde. In der Zeit rufe ich mal auf meinem Laptop wieder das Ding auf. Ja. Alles klar versteck ich aber mich irgendwo. In der Rufe nur ja hier rein. Aber ich hoffe halt, dass jetzt kein Zombie mich hier drinnen attackiert. Aber ich hör's ja. Ich mein, ich bin jetzt nicht weg. Zombie. Gut. Ich nehm mal das erste große Haus hier. Alles klar. Okay. Ich geh mal weiter in. Arnold machst du die links, ich mach die rechts. Okay. Ich mach die links. Cool. Ich hör ein Zombie. Oh nein. Fuck, 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 fuck. Bei mir. Super geil. Oh, durch die Wand. Was ist durch die Wand? Die sind zwar schneller, aber sie sind total untreffsicher. Die laufen voll an dir vorbei, wie sie merken. Uh. Die haben so eine Geschwindigkeit. Die können gar nicht so richtig abbremsen. Die durchbrechen die Schallmauer. Ja. Bumm. Unglaublich. Ich hab nichts gefunden, dass jetzt... Aber dann sollen die Chimis mal ein bisschen aufpassen, weil da spawnen voll viele neue Frischlinge. Und du weißt ja nie... Die Frischlinge sind echt gefährlich, weil... Ja, ne. Im Prinzip ja nicht. Aber du weißt ja nie, ob da halt ein anderer Spieler noch ist, wo ein Frischling abholt oder andere die Frischlinge einfach töten wollen. So wie wir? So wie wir. So wie wir. Ja, indirekt schon. So wie wir. Aber nicht mit Absicht. Also schon mit Absicht. Nur auswärtssehen und zur Selbstverteidigung. Sonst nicht. Genau. Das ist nur zur Verteidigung. Ah ja, das ist schon mal eine... Man ziehe Folge 24 und Folge 25. Reine Selbstverteidigung. Oh. Nein, das ist einfach schon mal eine Vorsichtsmaßnahme. Der eine am Waldrand hat voll aggro. Der war gefährlich, oder? Der hat uns... Der hat uns... Der hat uns voll aggro. Wir wissen ja nie, er hätte ja umdrehen können. Irgendwann hätte er uns erschossen. Richtig. Dann habt ihr alles durchgeguckt. Ja. Wir sind schon weiter. Ja. Ja, geil. Auf mich wartet ihr nicht mehr. Seid ihr geil? Du wärst dabei. Aber echt? Der Arnold dreht um. Er kommt zu dir. Er hol dich ab. Simon, was machen wir? Lagerfeuer? Was ist extra für euch? Ruf uns gerade auf. Und ihr, Spackos, rennt einfach weg. Ja, ist hart. War mir ans Lagerfeuer-Lead-Lead. Das Lagerfeuer-Lead-Lead? Ja. Da hast du andere Spieler, dann hauen sie gleich mal kaputt. Komm, setz dich ans Lagerfeuer-Lead. Das Lagerfeuer-Lead. Nein, Spaß. Das Lagerfeuer-Lead. Das Lagerfeuer-Lead. Das Lagerfeuer-Lead. Das Lagerfeuer-Lead. Das Lagerfeuer-Lead. Das Lagerfeuer-Lead. Euch sieht man ewig gut an. Offene Landschaft. Ja. Das Lied geht noch nicht schneller. Denn dann wird das so gut. Ja, aber richtig gut, Alter. Dann singst du es doch ganz einfach mit. Wo denn? Die Liegendorf. Euch sieht man. Ja, Euch sieht man auch. Aber Vollhammer. Ja. Die Liegendorf. Auf dem blauen Rucksack schießen. Das passt. Wunderschön. Okay. Die Rucksäcke. Ballt voll auf. Da unten läuft auch einer, oder? Ah, ne. Baum. Ey, ich meine... Aber die ganze Zeit... Ja, ne. Also so ein Abzweig vom Baum. Also wenn der Baum laufen würde, würde ich trotzdem drauf schießen. Ich glaub's auch. Die End sind gefährlich. Aber weißt du... Also jetzt müssen wir mal aufpassen. Jetzt kommen wir an die altbekannte Stelle. Da vorne die Straße, die im Let's Play ja schon viermal oder so abgelaufen wurde. Oh nein! Nach Dolina? Ja, genau. Aber ich weiß nicht, ob wir es doch sollen nicht plünden. Weil das gab's zwar schon zweimal, glaub ich, sollen nicht plündern. Aber hundertmal gefühlt. Ein drittes Mal sollen nicht plündern. Oh Gott, ey. Und danach würde ich sagen, machen wir den Marsch nach Dolina, ne? Ja, genau. Domina. Das haben wir noch nie gezeigt, glaub ich. Ne. Ganz neu ist. Zu viert nicht. Zu viert noch nicht, ne. Ich war nur mal mit dem Arnold, glaub ich, die Strecke abgelaufen. Wo sie sich zwei Spieler verfolgt haben und grüß nicht mehr gepeilt hat, dass da zwei Spieler nackt baten gegangen sind. Alter, ja, aber echt. Und die rennen ja hinterher, weißt du, mit nix in der Hand. Und ich hab ne Wagen auf dem Rücken. Doch, die hat noch einen Schraubenschlüssel oder so? Ja, einen Schraubenschlüssel. Und eine Wand ist ein Zombies. Das ist fast nackt. Das sind ziemlich... Zombies. Ja, Zombies ist schon mal gut. Das heißt, schon mal keine anderen Spieler. Oder die Zombies spawnen so schnell, dass da... Gibt doch gar kein Zombie respawn, oder? Ach so. Oder haben sie das jetzt eingeführt? Ich bin mir neu. Wollte ich gerade fragen, ob das nur mit dem Server gestart ist oder ob es auch normal ist? Ich glaub, wir haben noch kein Spawning-System. Also ich mein, ich könnte jetzt auch völlig daneben liegen. Aber ich mein, ich hab's nicht gelesen in den Change-Logs. Das wär mir, glaub ich, direkt aufgefallen, weil das, was mir am meisten aufgefallen ist, weil sie also ganz groß und fett angepriesen haben wir. Das Wetter ist jetzt endlich bei allen synchron. Wow. Ach ja, und gibt ne Zombies. Ne, mehr gibt's nicht. Wenn du mal nicht auf den Server gekommen bist, waren's immer so viel. Also... Sie sind nur schneller von rechts noch, Leute. Auffassend. Wenn das ist. Oder auch nicht. Ah doch. Ah, es leckt. Uh, danke. Leckt. Also jetzt machen wir das mal ein bisschen taktisch. Also einer bleibt immer draußen. Okay. Und immer einer... Also wir machen nur wieder Zweiergruppe, würde ich sagen. Oder... Ne, wir machen das noch besser. Es geht zwar länger, aber zwei gehen ins Haus rein. Weil zwei, äh, vier Augen, meine ich, sind immer besser als zwei. Und, äh, zwei, die anderen zwei bleiben draußen. Oh, das ist wieder ein bisschen hydrated, oder? Wir machen die Gegend, würde ich sagen. So, fill the bottle. So, jetzt keiner passt auf. Sind alle gleich tot. Ja. Wie fill ich... Ah, da. Hops. Hier höre ich auch schon einen Zombie. Ja, auch schon wieder einen. Ich warte jetzt mal kurz, ob ich gleich healthy oder hydrated bin, wenn ich nicht. Ich habe jetzt schon sechsmal getrunken, also, im Allfall. Ich bin hydrated. Kam es bei dir sofort, oder? Äh, jetzt auf jeden Fall. So, ich glaube, das... Ich mache aber noch mal ein bisschen mehr hydrated. Ich will auch overhydrated sein. Jetzt. Passt einer gleich auf. Ah, man kann es bei, bei, ähm, bei Essen oder Dosen oder irgendwas machen, kann man gleich Eat All machen, dann ist da gleich die komplette Dose leer. Das hast du jetzt einfach mal gemacht, um uns... Nein, nein, ich habe ja noch... Ich habe noch zehn Prozent drin gehabt beim Reiß. Das war alles. Aber, ähm, es war auch angezeigt Eat All. Okay. Das denke ich mal, wird das bedeuten. Ähm, wie mache ich meine Wasserflasche voll? Einfach reinnehmen in die Hand und dann, dann füllen. Alles klar. Also, wir haben jetzt Team. Äh, ein Team geht in die Häuser rein und loodet. Okay. Am besten Fabi, weil der... Ich zeige, muss was zeigen. Genau. Ja. Alter, dein, dein, dein Spiel hast ewig der Krüppel bei mir. Ich zeige, zeige dir mal gleich, wenn der Krüppel ist hier. Alter, wie du aussehst, so geil! Wieso denn? Deine Hand, oder dein Kompletter, kompletter rechter Arm. Ja. Nein, dein linker Arm meine ich. Ja. Geh durch deinen Körper durch und komm auf der anderen Seite bei deinem Rücken wieder raus. Da ist immer jetzt eine Hand so hin. Oh nein, guck, ey. Bei mir nicht. Kolumbar, da kommst du. Ah! Ah! Ich guck dich auf mich, Mann! Oh, ehrlich. Mach dir gar nicht! Alle, alle drei, da kommt ein Tor. Da kriegt ihr es nicht. Komm mal. Simon! Jetzt. So, okay. Also, wir machen so. Äh, die zwei, die draußen bleiben. Einer Nahkampfwaffe, einer Fernkampfwaffe. Ja, ich geh ins Rote Haus mit dem Simon, oder wie? Okay. Äh. Ja, dann macht ihr zwei... Äh, Arnold, dann macht du Nahkampfwaffe, weil ich glaube, die M4 ist ein bisschen besser hier in der Stadt. Hä, wieso lauf ich langsam, Anton? Ja. Ja. Ja.